Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir haben heute einiges vor, deshalb verlieren wir auch keine Zeit. Denn ich will, während wir das hinbekommen, die Hauptkampagne und auch den letzten DLC heute abschließen. Das abstürzende Schiff, lass mir mal in Ruhe. Das ist mir sowas von egal. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich seh's nicht. Da. Reaper FFS beschaffen. Also nicht wundern, die werden es natürlich im englischen Dialog als IFF bezeichnen. Bedeutet dasselbe. Ist das System kleiner oder hab ich jetzt nur das Gefühl, dass die Normen die schneller ist? Ähm, ich kann schon mal verraten, wir werden Massenkontrolle brauchen. Oh, das passt ja. Schockwelle Rang 4. Massive Schockwelle. Verbesserte Schockwelle. Sie macht. Ich bin mir nicht sicher. 1, 2, 6, 11, komm. Und jetzt können wir immer noch neu skillen. Das gleiche machen wir für sie auch. Was ist mit der Schockwelle, Joker? Ich bin mein Best. Die Wind ist gussing bis zu 500 kph. Da ist ein zweites Schockwelle mit dem Reaper. Es ist nicht transmittet, dass die IFF-Einheit die Schockwelle ist, aber die Ladar-Einheit die Silhouette ist gaff. Ich glaube, wir wissen, warum die Wissenschaftler-Einheit stoppte in. Was hat gerade passiert? Die Reapers' Mass-Effekt sind noch aktiv. Wir haben gerade in ihre Schockwelle. Oh, Mann. Hm. Glaube ich auch nicht. Das sieht aber auch... Cyprus war fleißig. Die haben aber echt eine Basis in den Reaper reingebaut. Ähm, 2000. Ja, komm, nehm ihr mit. Wow. Bester Save ever. Ah, okay. Ich dachte jetzt, hier wär was. 4000. Das lohnt sich doch schon eher. Ich hab jedenfalls nicht das Gefühl, dass da jemand das Geld brauchen wird außer mir. Ja. Das ist gesteig ist. Ich versuche den, was die Wald schmerzily zu sein. Wir haben in der Halt geschlossen. Wir machen eine preschritte für Schürzlea. Die Schürzleaer ist riesig. Ich beobacht das mit einem nergern. Das ist ein wesentliches Reaktion zu dem auch der Haltrempime. Das ist ein Leben der schlimmsten, ähnliche Leben. Ich kann nicht die Atmosphäre. Hm. Jetzt noch eins. Das klingt echt nicht gut. Okay, was machen wir? Oh, Mann. Aber es ist beeindruckend. Das Ding ist seit 37 Millionen Jahren tot. Oder ist es, dass es das Wrack überhaupt noch gibt? Was? Katie ist meine Wrau. Ich muss dir diese Geschichte erzählen. Nein, ich kenne meine Wrau. Ich erinnere mich, dass der Tag die einzige, dass ich sie mit Stoffe sah. Dann sollten wir vielleicht nicht so lange hierbleiben. Oh. Okay. 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 Oh. Ja, wir wissen schon, dass es... Wir wissen doch, glaube ich, schon, dass es Reapertake ist. Das haben wir doch schon mal auf Horizon festgestellt. Ich meine, gut, die Kollektoren könnten es von den Reapern haben, wenn die Reapers von den Geff haben. Okay, aber... Die Geff hatten eigentlich vor dieser ganzen Geschichte keine Verwendung für solche Technologie. Ich glaube, organisches Leben so heftig zu verändern, liegt nicht in den Möglichkeiten der Geff. Man sollte meinen, man wäre ein bisschen vorsichtiger, wenn man sich in einem toten Reapers befindet. Die Geff. Der Schilder könnte Teil des Cerberus-Team sein. Wir sollten Kontakte machen. Energiezellen. Marnition. Das sollte in Hand kommen. Vielleicht können wir schon was sehen. Um, Lassa? Oh. Ich glaube, diese Technologie kam nicht vor den Geff. Also die Technologie zur Erschaffung von Ablegern. Oh ne, jetzt hänge ich fest. Na komm, mach'n Charge. Hört uns das. Wow. Wir können auch nicht sterben, oder? Doch, bitte. Töte uns. Komm. Töte uns, bitte. Ja, super, jetzt ist er im Weg er heilt. Äh, ich glaube, das können wir gerade dezent vergessen. Die Mission neu starten wäre doof. Aber wir haben automatisches Speichern. Sehr gut. Äh. Oh, sehr schön. Wir sind auch nicht weit weg. Also, biotischer Sturmangriff ist in diesem Spiel leider echt nicht so gut wie in Mass Effect 3. Von wie viel Dementsch will? Mit dem Ableger machen. Tschüss. Munition. Brauchen wir. Ja. Chandana said the ship was dead. We trusted him. We were right. But even a dead god can dream. A god, a real god, is a verb. Not some old man with magic powers. It's a force. It warps reality just by being there. It doesn't have to want to. It doesn't have to think about it. Oh Mann, ihr hättet verschwinden sollen, als ihr die Chance hattet. Vielleicht kriegen wir hier was raus. So, wo geht's weiter? Hier drüben? Oups. Hier drüben? Ja. Hier drüben? Hier drüben? Hier drüben. Hier drüben? Hier drüben? Also biotische Fähigkeiten sind hier echt hilfreich, weil sonst wird euch die Munition ausgehen. Na wenigstens springen die nicht auf einen, wie im SF3. Achso, hier geht's hoch. Die haben versiegbaren Kommen. Also Schockwelle ist echt großartig für... Husks. Aua. Wir müssen den Ableger erledigen. Aber so kommt er zu uns. Und dann seh ich das als Glück. Da. Da. Hier sind aber zwei, ne? Ja. Diese Flut kann man ruhig aufhören. Ich möchte gerne ihn ins Visier nehmen. Sehr schön. Heilig. Komm schon. Das dauert auch eine gefühlte Ewigkeit. Gut. 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 mal eins. Hier, Schockwellen kann ich auch. So. Das. Geh. Mann. Stirb. So. Und jetzt beschützt ihr mich. Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel. Wo ist unser Team? valeurd. Auf. Messierfall. Super. Du bist der Unterschied. Na, super. Ich dachte, ich gehofft, ein paar Antworten zu bekommen. Oh, Jack macht das aber ganz schön aus. Sehr gut. Hallo? Ja. Oder? Ich schieße da garantiert nicht mit schwerer Munition drauf, bis ich weiß, dass... ...ist auch damage macht. Oh, macht das tatsächlich. Nice. Nice. Embrace Eternity.